Yes, 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 Freunde, jetzt willkommen auf meinem Kanal, Wolfschneider, legendäre NDE-Talker, sagt, dass Gender nur was für wichtig tue ist. Jetzt würde ich mal gerne von euch verwiesen, nennt ihr dieses ganze Gender hin und her? Benutzt ihr das eigentlich viel oder nicht? Findet ihr das vielleicht auch zu viel, dass man jetzt wirklich in vielen, vielen Sachen jetzt sagt, dass man dies so sagen muss? Es gibt ja auch viel, viele Beispiele. Deswegen schreibt mal rein in eure Kommentare, was ihr jetzt genau zum Gender-Thema sagt. Ob ihr das auch unnütz findet oder sagt, doch, das ist halt sehr, sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal.